Ein RC-Generator ist eine Oszillatorschaltung, bei der die Frequenz von Widerständen R und Kondensatoren C beeinflusst wird. Diese Schaltung besteht aus zwei Transistorstufen und einer Rückkopplung. Jede Transistorstufe dreht die Phase um 180 Grad. Man benötigt hier zwei Transistorstufen, damit die Phase um 360 Grad gedreht wird, das Signal also wieder phasenrichtig an den Eingang gelangt. Man kann mit dem Poti die Rückkopplung einstellen und wenn die Schwingung gerade einsetzt, wird sich eine Sinusspannung zeigen. Man kann einen RC-Oszillator auch mit einem Transistor bauen, wenn man durch geeignete Phasenschieberschaltungen die fehlenden 180 Grad ersetzt. Hier sind Tiefpassfilter aus Widerständen und Kondensatoren aufgebaut. Insgesamt drei Tiefpassfilter sorgen für eine ausreichende Phasenverschiebung, so dass das Signal phasenrichtig an den Eingang gelangt. Hier entsteht ein sauberes Sinussignal. . . Untertitelung des ZDF, 2020